Musik Genau und wie man solche Giants hier in Vanilla Minecraft spawnen kann, ohne Programme oder sonstige Sachen, das zeige ich euch nach dem Intro. Ja, jetzt bin ich auch wieder hier und wie das Ganze jetzt erzeugt, das zeige ich euch jetzt, denn das ist einfach nur ein einziges, ganz einfaches Kommando. Und zwar geben wir in den Chat ein, Slash Summon Giant, danach die Koordinaten und wenn ich jetzt Enter drücke, dann habe ich hier einen Giant. So einfach ist das und natürlich ist der Kommando nochmal in der Beschreibung. Das Besondere ist, der brennt am Tag nicht, so wie normale Zombies hier, der fängt zum Beispiel an zu brennen jetzt. Und wenn ich ihm im Kopf schlage, dann passiert da gar nichts, auch beim Körper hier nicht oder Arme, sondern ich muss es hier weiter unten angehen und ja, dann kriegt er auch Schaden und er hat ein bisschen mehr Leben als normale Zombies. Was vielleicht noch ganz wichtig zu sagen ist, wenn ihr auf den Giant im Survival-Modus trefft, Moment, dann tötet er euch mit einem Schlag und dann steht er halt im Chat, wurde von Riese getötet oder erschlagen. Ja, das war es auch schon. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über ein Like freuen und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video und ciao.